Liebe Freunde, wir sind alle hier versammelt und es ist eine große Ehre und Freunde, den diesjährigen Marsch für das Leben 2021 mit euch zu eröffnen. Danke sehr, dass ihr da seid. Vielen Dank schon gleich an die Polizei, dass wir hier auf dem wunderschönen Stephansplatz im Herzen dienen sein dürfen und gleich mit einem Suche das Leben zu geben. Gleich mal an dieser Stelle, wenn hier irgendjemand vorbeikommt und fragt, was machen diese großartig aussehenden und bestens gelaunten Menschen hier eigentlich, dann darf ich Ihnen sagen, wir sind hier für den Marsch für das Leben. Wir wollen ein Zeichen für das Leben in jeder Phase setzen, besonders für das Ungeborene, aber auch für alle Kranken, Schwachen und am Ende ihres Lebens sich befindet. Ihr lächelt, vielen Dank, dass ihr hier für das Leben einsteht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.